Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kai, der vor sechs Jahren seine Doktorarbeit geschrieben hat in Mathematik, beschäftigt sich seit ungefähr 15 Jahren mit verlustfreien Kompressionsalgorithmen. Das ist ein zugegebener, aus meiner Sicht etwas seltsames Hobby. Und nicht einziges. Aber es sammeln ja auch Leute Briefmarken. Kai hat am KIT seine Doktorarbeit gemacht. Er hat in Kaiserslautern Mathematik studiert und heißt ihn willkommen zu seinem Talk über verlustfreie Datenkompression. Applaus Es wird kein explizites Q&A geben oder es ist die Möglichkeit, andersrum, es ist die Möglichkeit, zwischendrin Fragen zu stellen, sodass vielleicht kein explizites Q&A anschließend nötig ist. Habt Spaß. Ja, schönen Dank für die Anmoderation. Ich darf euch auch herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag hier über verlustfreie Datenkompression. Ich beabsichtige, das ein bisschen interaktiv zu gestalten. Ich werde Fragen stellen. Ich werde nach ein bisschen nach euren Erfahrungen fragen. Und wenn eine Wortmeldung gewünscht ist, dann findet sich vielleicht jemand, der das Mikro herumreicht. Andernfalls bitte einfach ein bisschen lauter sprechen. Und ich werde die Frage oder den Kommentar dann hier im Mikro wiederholen. Ja, zur kleinen Auflockerung möchte ich mit einem lustigen Zitat starten. Das müsst ihr euch durchlesen. Das ist dieses hier. Kennt das jemand? Okay. Ich dachte, ich erzähle euch was Neues hier. Gut. Ja, worum soll es in meinem Vortrag gehen? Es ist ein Übersichtsvortrag, der einen Überblick vermitteln soll über die Verfahren zur verlustfreien Datenkompression. Ich werde kürzlich entwickelte neue Methoden und Forschungsanstrengungen etwas beleuchten. Und im Anschluss daran auf moderne Anwendungen eingehen dieser Verfahren, die nicht immer wirklich offensichtlich sind. Also es steckt Datenkompression in Anwendungen und in Themenbereichen drin, die vielleicht nicht jedem bekannt sind. Was ich definitiv und explizit in diesem Vortrag nicht behandle, sind Details, Implementierungsdetails, technische Interna. Ich werde die bisweilen sehr anstrengende und für einige sehr unvorteilhafte Patentsituationen nicht beleuchten. Das ist ein Themenkomplex für sich. Und ja, wie ist der Vortragstitel schon darstellt? Ich werde mich insbesondere nicht mit verlustbehafteter Kompression beschäftigen. Das involviert Themen und Technologien, die alle zu komplex sind, jetzt auch in der Darstellung. Und das soll also hier nicht Thema sein. Gut, zur Struktur meines Vortrags. Ich werde zunächst eine grobe Einführung geben. Anschließend soll es um die grundlegenden Techniken gehen, zur verlustfreien Datenkompression. Die beiden Unterpunkte stellen so die Hauptzweige, Haupttechnologiezweige dar. Das erste ist die Entropiekodierung, das zweite sind die Wörterbuchverfahren. Und dann habe ich eine Referenzfolie, wo ich ein paar weitere leistungsfähige Technologien zusammengetragen habe. Das handele ich aber dann in einer Folie ab. Gut, anschließend soll es um konkrete Methoden gehen. Ich werde mich zunächst auf die sogenannten Lempel-Ziff-Verfahren stürzen. Das sind Wörterbuchverfahren, die sehr prominent vertreten sind in zahlreichen Anwendungen. Anschließend bekommt eine Methode eine Folie für sich. Ich habe sie, The Famous Classic, getauft. Sie alle haben mit dieser Methode schon zu tun gehabt. Ich gehe dann später darauf ein. Und als drittes soll es um kürzlich entwickelte, in den letzten, ich sage mal, fünf, sechs Jahren entwickelte Methoden gehen. Ich habe hier sehr viel Recherche betrieben, habe mir die Mühe gemacht, da verschiedene Paper zu lesen und habe für euch mal zusammengefasst, was diese Methoden sind und welche Eigenschaften sie haben. Gut, dann soll es um den Wirkungsbereich verlustfreie Datenkompression gehen und die Anwendungen. Und zum Abschluss werde ich dann noch eine Prognose wagen, die so ein bisschen den Input aufnimmt oder verwertet, den ich aus der Literatur gewonnen habe, aber auch so ein bisschen meine eigene Einschätzung wiedergibt, wo denn da die Reise hingehen wird. Gut, zur Einführung. Ich beginne mit ein bisschen Geschichte. Das soll darstellen, wie sich so der Schwerpunkt der Anwendung verlustfreier Datenkompressionen verlagert hat im Laufe der letzten drei, vier Dekaden. Ich beginne mit den 80er Jahren und dem Beginn der 90er Jahre. Dort war es so, dass also Speicherplatz wie auch Bandbreite sehr limitiert waren und sehr teuer im Vergleich zu dann der kommenden Dekade. Es hat moderat dimensionierten Datentransfer gegeben. Soweit das im Konsumentensektor sich abgespielt hat, hat man dort also sehr viele Floppy Disks ausgetauscht. Ich bin ein Kind der 80er Jahre. Ich habe das noch viele Jahre miterlebt und ich gehe davon aus, sehr viele von Ihnen wissen, von was ich rede. Der Hauptschwerpunkt der Anwendung war da schlicht und ergreifend Speicherplatz zu sparen. Also man hatte im Wesentlichen Festplatten und Floppy Disks und beides war relativ teuer oder eben sehr limitiert in der Datenkapazität. Dann von Mitte der 90er Jahre bis Mitte der Nuller Jahre hat sich schon einiges getan. Der Speicherplatz wurde immer reichhaltiger, wurde immer günstiger. Zu den Floppy Disks, die so langsam verdrängt wurden, kamen dann oder diese wurden ersetzt durch CD-ROM und DVD. Also optische Speichermedien, die eine deutlich höhere Datenkapazität schon geboten haben. Mitte der 90er kam dann auch so langsam das World Wide Web ins Leben, was, wie wir alle wissen, sich explosionsartig weiterentwickelt hat. Und ja, im Zusammenhang damit auch so ein bisschen kamen dann auch neue Datentypen in unser Leben, Bilder, Sounddateien, Videodateien. Die gab es selbstverständlich auch davor schon, aber bei Weitem nicht in diesem Ausmaß. Und vor allem waren sie in der Regel auch noch zu teuer zur Weiterverarbeitung und zur Massennutzung. Ja, der Datentransfer hat im Zuge der Entstehung und der Entwicklung des World Wide Web natürlich massiv zugenommen. Und hier war ein großer Schwerpunkt der Anwendung verlustfreier Datenkompression, dann diese neuen Datentypen und Volumina irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Gut, und als letzten Abschnitt habe ich die Zeitspanne gewählt von Mitte der Nullerjahre und später, also bis im Grunde zur heutigen Zeit. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass man heute als Privatperson nicht wirklich mehr Speicherplatzsorgen hat, wenn man ein bisschen haushält oder pragmatisch seine Datenspeicherung auslegt. Wir haben unzählige Möglichkeiten, Daten zu speichern. Ich habe die mal so ein bisschen aufgeführt, die wesentlichen. Ein Punkt, der da wesentlich ist, ist eine festblattende Technologie mit dem Kürzel PMR, steht für Perpendicular Magnetic Recording. Das ist eine Technologie, die Mitte der Nullerjahre, also gegen 2005, in die kommerzielle Nutzung gekommen ist und eine mehr oder minder schlagartige Verdreifachung der Datenkapazität erlaubt hat. Also möglicherweise erinnern sich noch einige von Ihnen, dass es relativ abrupt Festplatten gegeben hat, die zwei Gigabyte Kapazität und mehr geboten haben. Ja, wir haben in der letzten Dekade eine Explosion von datenerzeugenden Geräten erlebt. Kameras, Mikrofone, Sensoren verschiedenster Couleur. Diese Devices erzeugen einen massiven und sich exponentiell steigernden Daten, eine Datenmenge und auch einen Datentransfer. Und hier sind jetzt die Hauptanwendungspunkte, verlustfreie Datenkompression, die Reduktion der Übertragungskosten, ein ganz wesentlicher Punkt. Die Infrastruktur zur Datenübermittlung wächst bei weitem nicht so rasant wie die Menge der erzeugten Daten. Wir erleben, dass Multimedia-Dateien immer höhere Auflösungen mitbringen, immer höhere Klangtreue bei Audiodateien oder einen immer höheren Dynamikbereich. Und damit potenzieren sich die Datenmengen. Und hier muss man dann komprimieren, um das noch unter Kontrolle zu halten. Ja, und ein dritter Anwendungspunkt ist das sogenannte Cold Archiving. Da geht es also darum, im Grunde Daten wegzuarchivieren, die archiviert werden müssen, aber nur selten dann gelesen werden. Hier spielt dann die Performance der Kompressionsmethode nicht die große Rolle. Gut, ich komme zu den Basics. Was ist der Ausgangspunkt verlustfreier Datenkompression? Der Ausgangspunkt ist der, dass nicht zufällige und bedeutungsbehaftete Daten Redundanz aufweisen, redundante Informationen. Wirklich perfekter Zufall, perfekt zufällige Daten sind einerseits selten und andererseits bedeutungslos in aller Regel. Es geht also bei Datenkompression verlustbehafteter, verlustloser Datenkompression um die Identifikation von Mustern und von Struktur und deren Ausnutzung. Dann möchte ich dies nochmal betonen. Es gibt keinen Algorithmus, der alle Daten einer vorgegebenen Größe komprimieren kann. Es gibt noch nicht mal einen Algorithmus, der nur ein Prozent der Daten mit einer vorgegebenen Größe komprimieren kann, noch nicht mal um ein Byte. Das heißt also, wenn wir Daten komprimieren, dann bewegen wir uns in dem sehr, sehr kleinen, strukturierten und bedeutungsvollen Teil von den möglichen Daten. Ich will das hier an dieser Stelle betonen, weil es in der Vergangenheit tatsächlich Firmen gegeben hat, die strikt und fest behauptet haben, sie hätten neue Algorithmen entwickelt, die alles komprimieren und das auch noch mehrfach hintereinander. Das ist Unfug und das hat sich dann auch späterhin immer geklärt. Gut, und als letztes sei darauf hingewiesen, dass je kleiner die Datenmenge ist, desto schwieriger ist es, diese zu komprimieren. Wir werden gleich ein Beispiel betrachten. Gut, ich habe versucht, die Kompressionsmethoden mal alle in ein allgemeines Schema zu fassen, bin bei diesem Schema gelandet. Das Schema besteht aus drei Stufen. Die erste Stufe ist die, dass ich Statistik betreibe und Informationen sammle über die Daten, die ich bereits gelesen habe, also die bereits bekannt sind. Und aus diesen Daten wird dann ein, wie auch immer geartetes Modell gebaut. Der zweite Teil ist der wesentliche Teil. Ich habe diesen Teil kreativ Past to Present Mapping genannt. Hier geht es also darum, aus den bereits gelesenen Daten eine Vorhersage abzuleiten, die es gestattet, die neuen, frisch gelesenen Daten zu komprimieren. Und da gibt es im Grunde zwei verschiedene Techniken. Die erste Technik generiert ein Wahrscheinlichkeitsmodell, basierend auf, oder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, Entschuldigung, basierend auf dem Modell, was ich bereits generiert habe, aus den vergangenen Daten und sagt dann aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Daten folgen. Die zweite Technologie sind die Match-and-Reuse-Verfahren, wie ich sie getauft habe. Da geht es also darum, Daten, die neu gelesen werden, zu matchen mit Daten, die ich bereits in der Vergangenheit gelesen habe. Also ich suche einfach nach Korrespondenzen. Ich lese zum Beispiel einen neuen Buchstaben oder einen neuen String und schaue, ob ich diese Daten nicht schon mal in der Vergangenheit gelesen habe und erzeuge dann eine Referenz auf die bereits gelesenen Daten, die wiederum dann deutlich einfacher und platzsparender zu kodieren ist, wie die eigentlich sich wiederholenden Daten. Und die dritte Stufe ist die Kodierungsstufe. Da geht es darum, für die Daten, die ich dann im Laufe dieses Prozesses angesammelt habe, entweder die Codes für die tatsächlichen Symbole, die gelesen werden, oder eben die Referenzdaten, dann Binärcodes zu erzeugen und diese zu schreiben. Ja, und die dritte Stufe hat man im Grunde theoretisch zu Ende gedacht und praktisch implementiert. Und insofern ist die Schlussfolgerung hier, je leistungsfähiger die Modellierungs- und die Mappingstufe sind, desto besser wird die Kompressionsperformance sein. Gut, ich komme zu den Technologien. Da habe ich zum Ersten die schon erwähnte Entropie-Codierung. Um was geht es da? Es geht darum, ein Wahrscheinlichkeitsmodell zu erzeugen für die folgenden noch nicht gelesenen Daten, basierend auf den bereits gelesenen Daten. Und meistens wird ein Wahrscheinlichkeitsmodell oder eine Wahrscheinlichkeitsverteilung generiert für nur das nächste Symbol. Also man schaut nur auf das nächste Symbol und nicht irgendwie weiter in die Zukunft für größere Strings von Symbolen. Basierend auf der Wahrscheinlichkeitsverteilung, die dort berechnet wird, generiere ich dann sogenannte Variable-Length-Codes. Hier passiert die eigentliche Kompression. Die Symbole, für die ich Wahrscheinlichkeiten berechnet habe, sollen kürzere Codes erhalten, wenn sie mit höherer Wahrscheinlichkeit auftreten. Somit habe ich dann im Durchschnitt dann eine Datenkompression erreicht. Also kürzere Codes für sehr wahrscheinlich folgende Symbole und längere Codes, die dürfen dann auch länger sein wie die eigentlich ursprünglich gewählten Codes, dann für selten oder mit geringer Wahrscheinlichkeit folgende Daten. Entropieverfahren sind in der Regel ja relativ langsam, gestatten aber eine hohe Kompression. Und dieser Typus von Verfahren ist empfohlen für schwach strukturierte Daten. Was soll das hier heißen? Der Punkt ist der, dass ich eine Wahrscheinlichkeitsverteilung ja berechne für die folgenden Symbole. Und für weniger wahrscheinliche Symbole, die folgen, habe ich also kürzere Codes. Wenn und diese Wahrscheinlichkeitsverteilung trifft also keine explizite, keine konkrete Vorhersage, was folgen wird, sondern eben gibt das in Form einer Wahrscheinlichkeit wieder. Und insofern werden dann auch Daten effektiv komprimiert, die nicht perfekt zu der jeweils berechneten höchsten Wahrscheinlichkeit passen, sondern das Wahrscheinlichkeitsmodell muss einfach nur hinreichend gut sein, um dort eine Kompression zu erzielen. Und das unterscheidet diese Verfahren von den zunächst dann im weiteren diskutierten Wörterbuchverfahren. Ja, eine ganz wesentliche Eigenschaft dieser Entropieverfahren wird abgebildet in diesem Motto, auch bekannt unter Occam's Rasiermesser. Ich darf mal kurz in die Menge fragen, wem sagt diese Abkürzung was oder dieses Konzept, ja, den allermeisten, bedeutet, die einfachste Theorie, die die Vergangenheit erklärt, ist in der Regel auch die beste Vorhersage für die Zukunft. Heißt, übersetzt für Datenkompression, es ist in der Regel nicht vorteilhaft, ein übermäßig komplexes Modell zu wählen. Also das Modellrauschen, wenn man so will, bringt an der Stelle nichts. Also in der Kürze liegt die Würze und die Leistungsfähigkeit ist da auch in der Einfachheit begründet. Gut. Begonnen hat die Geschichte der Entropieverfahren im Grunde mit einem Herrn Huffman, der das nach ihm bekannte Codierungsverfahren entwickelt hat. Das war Anfang der 50er Jahre. Da geht es darum, Codes für Symbole zu berechnen, die die Eigenschaft haben, dass sie präfixfrei sind. Was heißt präfixfrei? Codes für Symbole 2 heißt, wenn ich zwei verschiedene Symbole habe und ich habe zwei Codes, zwei korrespondierende Codes für diese Symbole, dann kann ich diese Codes hintereinander schreiben, ohne Trennzeichen und ohne weitere Information und kann sie eindeutig dekodieren. Das heißt also, es wird dort bekannt sein, wo ein Code endet und der nächste anfängt. Und das erlaubt uns eben, diese Codes einfach hintereinander zu reihen und da keine weiteren Metadaten oder so mit abzulegen. Und diese präfixfreien Codes, die werden berechnet anhand der Wahrscheinlichkeiten der Symbole. Ja, und das führt dazu, dass ich dann für jeden Code eine ganzzahlige Anzahl von Bits habe. Und darin liegt auch so ein bisschen die Schwäche dieses Huffman-Verfahrens, denn eine ganzzahlige Bit-Anzahl pro Symbol ist nicht immer optimal. Entschuldigung. Also da bezahle ich so ein bisschen den Preis. Ja, 27 Jahre später, ein langer Zeitraum, wurde die arithmetische Codierung entwickelt. Hier wird anstatt eines Symbols direkt ein String von Symbolen kodiert und zwar in einer einzigen rationalen Zahl in diesem Zahlenintervall 0,1. Und ich gelange zu dieser repräsentierenden Zahl über eine Intervallschachtelung. Und diese Intervallschachtelung wird getrieben durch die Wahrscheinlichkeitsverteilung der folgenden Symbole. Was ich damit erreiche, ist jetzt eine nicht ganzzahlige Anzahl von Bits pro Symbol. Und diese arithmetische Codierung erlaubt es tatsächlich, im Grunde die optimale, die theoretisch optimale Codelänge für ein Symbol auch in der Praxis zu erreichen. Ich kann hier an dieser Stelle natürlich, oder ich kodiere an dieser Stelle nicht mehr jedes Symbol einzeln. Also es gibt keine nicht ganzzahlige Anzahl von Bits für ein Symbol in der Praxis. Aber das ist das Ergebnis, wenn ich also mehrere Symbole dann in einer gewissen Anzahl von Bits speichere. Dann kann man das dort runterbrechen auf ein Symbol und hat eine nicht ganzzahlige Anzahl. So, nochmal 25 Jahre später und da sind wir jetzt in der, ja, in der fast Gegenwart. Vor nur drei Jahren hat sich jemand dann mal hingesetzt und hat sich das genauer angeschaut, was dort getrieben wird und hat ein neues Verfahren entwickelt mit dem leicht kryptischen Namen an asymmetrische, numerische Systeme. Der ganz große Vorteil dieses neuen Verfahrens liegt darin, dass es die Kompressionsstärke der arithmetischen Codierung verknüpft mit der Geschwindigkeit und den Kosten der Huffman-Codierung. Das hat es über, ja, 25 plus 27, also, habe ich jetzt richtig gerechnet, Entschuldigung, das sind 35 Jahre übrigens zwischen der arithmetischen Codierung und diesem ANS-Verfahren. Also über 60 Jahre, über 60 Jahre lang hat sich da sehr wenig getan und jetzt hat man dieses neue Verfahren und das kombiniert eben die Stärken der beiden bisherigen Verfahren und das ist eingeschlagen in der Community. Große IT-Firmen implementieren dieses Verfahren alle für sich in neuen Codecs. Dazu gehören Facebook, Apple, Google und auch die sogenannte Alliance for Open Media. Hier nochmal die Frage, sagt Alliance for Open Media jemandem was? Okay, das ist also ein Konsortium von Firmen, das ein neues Videokompressionsverfahren entwickeln möchte und damit die teils horrenden Lizenzgebühren der anderen Codec-Konsortien zu meiden. Und ich sagte jetzt gerade Videokodec, also hier kann ich auch betonen, dass solche verlustfreien Verfahren durchaus auch Anwendung finden in verlustbehafteten Verfahren eben nur als ein Baustein dieser Verfahren. Gut, ich möchte kurz illustrieren, wie das funktioniert, Huffman-Codierung. Dazu nehme ich mir einen Beispielstring. Hier in diesem Fall ist es der String lossless compression. Als Alphabet wähle ich meinen ASCII-Zeichensatz. Hier sei betont, der eigentliche ASCII-Zeichensatz sieht 7-Bit für ein Symbol vor. Das, was wir kennen, mit 256 möglichen Zeichen ist der erweiterte ASCII-Zeichensatz. Ich möchte jetzt an dieser Stelle mich auf den 7-Bittigen beschränken. Ich habe 20 Buchstaben, habe also eine Gesamtlänge dieses Beispielstrings in der naiven ASCII-Darstellung von 140-Bit. So, was mache ich jetzt in dem Huffman-Verfahren? Ich schaue zunächst, welche Symbole werden tatsächlich verwendet. Die sind in dieser Tabelle aufgeführt und sortiert nach deren Häufigkeit in dem zu kodierenden String. Und mittels dieses Huffman-Verfahrens, was ich jetzt, wie angekündigt, nicht im Detail erläutern möchte, kann ich dann Codes erzeugen für diese Symbole. Und wir sehen, dass am häufigsten auftretende Symbol S bekommt hier den kürzesten Code und hier im konkreten Fall ist dieser Code nur 2-Bit lang im Gegensatz zu dem ursprünglichen Code von 7-Bit. So, jetzt hatte ich bereits gesagt, dass diese Huffman-Codes präfixfrei sind. Man kann das sich auch mal anschauen hier in dieser Tabelle. Wenn ich zwei Codes mir rausnehme und die aneinander hänge, dann kann ich die immer eindeutig dekodieren anhand dieser Tabelle. Also kein Code ist ein Präfix, also eine Untermenge eines anderen Codes an dessen Beginn. Gut, wenn ich jetzt also diese Codes wähle und einfach aneinander hänge und schaue, wie viele Bits habe ich denn jetzt hier verwendet, dann lande ich auf 63 Bit. So, bis hierhin ist das noch eine Milchmädchenrechnung und jetzt möchte ich Sie fragen, wer sieht das? Warum ist das noch eine Milchmädchenrechnung? Warum reicht das noch nicht aus? Gut, bitte einfach Sie vielleicht und ich wiederhole dann, was Sie gesagt haben. Also, ich habe hier nur die genau das, das ist der Punkt. Also, ich brauche, ich muss noch in dem Datenstrom, in dem Ausgabedatenstrom diese Korrespondenzen hinterlegen zwischen den Symbolen und den errechneten Codes. Das sind also hier für die Hofmann-Codierung meine Modell- und Mapping-Daten. Jetzt gesprochen auf, basierend auf dem allgemeinen Schema, was ich vorhin vorgestellt habe. Ja, was ich jetzt dann für diesen Beispiel dringend sagen kann, wir werden keine wirkliche Kompression erreichen, wenn wir diese Modell- und Mapping-Daten hinzurechnen, aber was ich dort also zusätzlich hinterlegen muss, diese Symbol-Code-Tabelle, diese Tabelle stellt Fixkosten dar. Das heißt, ich muss die einmal hinterlegen zu Beginn meines Datenstroms für alles, was folgt. Diese Tabelle hat eine beschränkte kontrollierte Größe und die muss ich nur einmal ablegen. Und für längere Strings amortisieren sich diese Fixkosten sehr schnell. Ich hatte zu Beginn ja schon gesagt, dass Daten je effektiver komprimiert werden können, je größer die Datenmenge ist. Gut, unser Beispiel String besteht nur aus 20 Buchstaben. Das ist sehr schwer, da irgendeine Kompression zu erreichen. Aber wir sehen, die eigentlichen Nutzdaten, wie der Teilnehmer hier schon gesagt hat, kodiere ich jetzt tatsächlich schon in 63 Bit im Vergleich zu 140 Bit. Gut, ich komme zu der zweiten Kategorie, das sind die sogenannten Wörterbuchverfahren. In diesen Verfahren geht es darum, ein Wörterbuch zu erzeugen und zu pflegen im Laufe des Lesens der weiteren Daten. Und hier hinterlege ich einfach in Form von Symbolen und Unterstrings das, was ich bereits gesichtet habe in dem Datenstrom. Und dieses Wörterbuch wird angelegt entweder für einen kleinen Puffer, den ich immer hinter dem aktuellen Symbol hinterherziehe oder tatsächlich für die gesamten Daten. Dieser Puffer, den ich hinter dem aktuellen Symbol hinter mir herziehe, wird auch als Sliding Window bezeichnet. Und in diesem Verfahren geht es also darum, später auftretende gleiche Strings jetzt zu kodieren mittels einer Referenz auf die bereits bekannten Daten in dem Puffer. Und diese Referenz besteht schlicht aus einer Position in diesem Wörterbuch und der Länge des gefundenen gematchten Strings. Diese Verfahren haben den Vorteil, dass sie eine hohe bis extrem hohe Geschwindigkeit gestatten. Die Kompressionsrate ist schlechter als für die Entropie Verfahren, aber immer noch ansehnlich, immer noch brauchbar. Und diese Wörterbuch Verfahren eignen sich insbesondere für Daten, die Grammatik oder regelbasiert sind, also insbesondere Text. Text besteht aus in der Regel uns geläufigen Worten. Da kann man also sehr viele Matches finden und dann sehr effizient diese auch kodieren. Ja, und es gibt zwei Verfahren, im Grunde ist es ein Duo von zwei Herren, die ein Verfahren sich überlegt haben 1977 und das leicht erweitert haben dann im Folgejahr. Das sind die beiden Herren Lempel und Ziv und die Verfahren kursieren unter den Kürzeln LZ77 und LZ78. Wie funktioniert ein Wörterbuch Verfahren? Hier habe ich mir viel Mühe gegeben. Ich hoffe, ich kann das ganz brauchbar darstellen. Ich wähle wieder meinen Ausgangs String, diesen String Lossless Compression. Ich wähle einen Puffer, den ich hinter dem aktuellen Zeichen hinterherziehe von 15 Buchstaben. Das heißt, ich habe eine Länge, die ich in 4-Bit kodieren kann und entsprechend ist auch die maximale Match die Maximallänge des gefundenen String Matches dann auf 15 Buchstaben beschränkt. Gut, ich starte mit meinem Ausgangs String. Hier ist also noch nichts in meinem Puffer gelegen. Ich kann noch nichts ausnutzen. Das kodiere ich in einer Adresse und einer Länge mit dem Wert 0. Will heißen, ich gehe nicht in meinen Puffer. Ich habe da noch nichts, was ich und kodiere jetzt zunächst das erste Trennzeichen, das erste nicht weiter kodierte Zeichen und das ist in diesem Fall eben das L. Dann gehe ich weiter. Das L ist jetzt eingerahmt, das liegt jetzt in unserem Puffer. Es folgt das O, hier kann ich auch noch nichts ausnutzen, mein Puffer ist noch sehr übersichtlich, sprich ich kodiere es wieder mit zwei Nullen und dem das Trennsymbol muss ich explizit dann ablegen, das O. Das geht so weiter, in der vierten Stufe habe ich dann tatsächlich meinen ersten Match, ich habe also das erste S gelesen, das liegt in meinem Sliding Window drin und ich kann jetzt das zweite folgende S kodieren, indem ich eine Referenz erzeuge, auf das zuerst gelesen S das heißt also ich gehe einen Schritt zurück in meinen Sliding Window entspricht einer Adresse mit dem Wert 1 und die Länge des gefundenen Matches ist jetzt hier eben auch nur 1 und dann habe ich also dieses zweite S kodiert und muss nur wieder das nächste mir noch unbekannte Zeichen kodieren das ist dann das L ich überspringe ein paar Stufen das kann wer mag sich dann mal im Detail anschauen wir sehen aber schon im weiteren Verlauf dass durchaus auch größere Matches dort auftreten hier in diesem Beispiel ist das jetzt noch beschränkt aber ich habe tatsächlich auch schon in diesem sehr kurzen Beispiel String einen Match der aus drei Buchstaben besteht das ist dann dieses E und das Doppel S und in der letzten Stufe passiert dann etwas Wesentliches und zwar wenn ich so circa das Ende dieses Beispiel Strings erreicht habe dann passiert es erstmals dass mich mein Sliding Window mein Puffer limitiert bisher in den vorigen Stufen war es so dass man das alles was ich vorher gelesen habe in mein in mein Wörterbuch in meinen Puffer aufgenommen werden konnte weil der Puffer groß genug ist an dieser Stelle jetzt ist das nicht mehr möglich der Puffer ist wie wir festgelegt haben auf 15 Zeichen beschränkt und ich verliere somit die ersten drei Buchstaben jetzt passiert hier noch etwas besonderes ich habe also als nächsten Match den Buchstaben O in dem was ich vorher schon gelesen habe treten zwei O auf das erste O kann ich oder verwende ich nicht für meine Referenz aus zwei Gründen erstens mal sehe ich dieses erste O nicht mehr es liegt nicht mehr in meinem Puffer drin es hat aber noch einen zweiten wesentlichen Grund warum ich das auch String String der maximalen Größe das ist jetzt an dieser Stelle nur dieser einzelne Buchstabe und wenn ich das gefunden habe dann wähle ich den Match dieser Größe der am nächst gelegen ist weil der es erlaubt die Adresse und die Länge mit kleinen Zahlen zu kodieren gut so und dann habe ich wenn ich als letztes den Buchstaben n kodiert habe dann tatsächlich meinen gesamten Beispiel kodiert ja mancher einer mag es schon erahnen was hier passiert ich habe also jetzt eine recht reichhaltig gefüllte Tabelle mit Daten für meine Modellierungs und meine Mapping Stufe und wenn ich das einfach mal aufsummiere dann lande ich auf 180 Bit das ist jetzt schade mein Ausgangsdring hatte nur 140 hier ist also einfach die Menge der Daten die ich komprimieren will einfach zu klein um effektiv zu komprimieren aber ich kann etwas tun an dieser Stelle ich frage mal ins Auditorium hat jemand von Ihnen eine Idee was ich jetzt noch tun kann zusätzlich zu dem Dargestellten denken Sie mal an das was ich bereits erzählt habe ja Sie bitte bitte Sie beziehen sich jetzt auf ein anderes Verfahren richtig darum soll es jetzt an dieser Stelle nicht gehen es gibt natürlich noch bessere Verfahren auch auch als 77 das ist also an dieser Stelle nicht nicht wesentlich ja Sie bitte bitte richtig genau also der Teilnehmer sagte man kann es jetzt verknüpfen mit einem also mit den Verfahren die ich bereits dargestellt habe nämlich den Entropie Verfahren und genau das ist hier sehr nützlich schauen wir noch mal in die Tabelle rein wir haben auf einmal durchaus Redundanz in dieser Tabelle ich habe recht viele Vorkommen des Wertes 0 und die Werte die ich in dieser Tabelle drinstehen habe die sind alle kleiner als 15 eine Folge meiner Wahl der Größe des Sliding Windows und das kann ich ausnutzen indem ich dann diese Tabelle wiederum Entropie godiere und wenn man das macht in einer Kombination von LZ77 und in diesem Beispiel dem Entropie Verfahren der Huffman Codierung Entschuldigung dann lande ich in der Summe auf einmal bei 120 Bit für die Nutzdaten und noch Fixkosten in der Summe wird das auch hier mehr werden als der naive ASCII Datenstrom aber wie ich schon sagte die Fixkosten amortisieren sich sehr zügig für größere Strings also hier kodiere ich meine Nutzdaten meinen eigentlichen String in 120 Bit anstatt 140 gut das ist die schon erwähnte Referenzfolie ich habe mal ein paar weitere Verfahren zusammengetragen zur verlustfreien Datenkompression ich will hier nicht näher auf die einzelnen Verfahren eingehen wer mag kann sich das dann mal anschauen ich werde die Vortragsfolien zur Verfügung stellen anschließend ich möchte nur kurz auf die beiden letzten Verfahren eingehen die Boris Wheeler Transformation die 1994 entwickelt wurde ist ein sehr interessantes Beispiel diese Transformation nimmt zunächst keinerlei verlustfreie Datenkompression vor aber man kann mithilfe dieses Verfahrens die Daten zunächst transformieren in eine neue Darstellung die ich dann wesentlich effizienter kodieren kann es ist also insofern ein Verfahren zur Vorverarbeitung das es mir gestattet im Anschluss wesentlich effizienter zu kodieren ist eine sehr interessante Transformation auch recht einfach und ich möchte sie genial nennen diese Transformation haben die meisten von ihnen sicher auch schon mal verwendet und zwar in Form des recht bekannten Packers BISIP II gut und zuletzt sei ein Satz gesagt zu dieser PAQ Familie die nicht wirklich bekannt ist aber wenn es wenn der der Fokus auf der Kompressionsrate liegt also auf der Stärke der Kompression dann kommt man an derzeit an PAQ nicht vorbei ich habe sie the bosses in town genannt diese Verfahren sind sehr sehr langsam also die können sich an ein paar wenigen Megabyte durchaus mal eine halbe Stunde abarbeiten aber was da an Kompressionsrate rauskommt ist derzeit eigentlich nicht zu überbieten gut ich komme zu den Methoden die Lempel Ziff Verfahren verdienen eine weitere Folie denn diese Lempel Ziff Familie hat einen Strauß von Verfahren hervorgebracht die hier etwas in einer Hierarchie abgebildet sind man sieht als Ausgangspunkt diese beiden Verfahren LZ77 und LZ78 Die meisten heutzutage verwendeten Verfahren entstammen diesem Unterbaum LZ77 hat Patentgründe dieser LZ78 Unterbaum ist ja von einer Firma leider durchpatentiert worden das hat für Verzweiflung gesorgt bei einigen Algorithmen Entwicklern und man hat sich irgendwann dort weitestgehend zurückgezogen aus diesem Algorithmen aus dieser Algorithmen Familie und die heute üblichen Verfahren sind LZ77 Derivate und ich habe hier jetzt vier Verfahren mal hervorgehoben und ich möchte jetzt Sie mal in die Menge fragen hat jemand von Ihnen eine Assoziation mit mindestens einem dieser rot markierten Verfahren Ja bitte hier vorne rechts Ja gut vielleicht noch Ihr Kollege mit dem Das ist nicht richtig aber die Richtung ist jetzt die Richtung ist richtig also es geht jetzt an dieser Stelle um das Verfahren Deflate Deflate kennt jeder von Ihnen zumindest seitens der Nutzung und zwar ist Deflate der Kernbestandteil hinter SIP Ich möchte betonen Deflate wurde Anfang der 90er Jahre entwickelt 1993 es ist jetzt 24 Jahre später und wir packen immer noch das Allermeiste mit diesem Verfahren LZMA wie der Kollege hier gerade erwähnte hat man schon mal gehört ja viele verwenden vielleicht das Programm 7SIP und dieses LZMA Verfahren wurde entwickelt für diese Software gut jetzt habe ich einige Recherchen betrieben und mal geschaut wie diese Verfahren verwendet werden in verschiedenen Kompressions Formaten LZSS was hier auch mit rot markiert war dieses erste findet immer noch Verwendung und ist ein Hauptbestandteil des Kompressions Formates RA und wer in etwa meines Alters ist erinnert sich auch noch an den Packer LHA in Japan verwendet man den heute immer noch sehr rege es hat damit zu tun dass LHA von einem Japaner entwickelt wurde aber es wird deutlich weniger in Europa verwendet also deutlich weniger als RA und SIP ja deflate gilt als die Königin der Kompressionsverfahren bisher ist die Hauptzutat hinter SIP und wird insofern extrem häufig verwendet das weitere Verfahren LZX ist schon dann etwas später entwickelt worden das findet Verwendung in dem sogenannten Cabinet Format haben sicher die meisten von Ihnen auch schon gesehen wenn man also irgendwie ein Installationspaket von Microsoft hat dann legen die allermeisten Daten in Dateien mit der Endung Cap das sind diese Cabinet Archive ja und wie gerade schon erwähnt LZMA wurde für 7zip verwendet dann gibt es noch ein paar weitere recht bekannte Verwendungen von LZ Derivaten in Anwendungen und Formaten von Microsoft es gibt zum Beispiel diese CHM Dateien sind Hilfedateien die auch eine Suchfunktion und Index mitbringen man kann Bilder einbetten man kann Code einbetten viele haben mit viele von Ihnen haben mit diesen Dateien schon gearbeitet und das kleine C in dieser Extension steht ursprünglich für Compiled wird aber auch häufig für Compressed verwendet denn diese Dateien sind in der Tat Archive und verwenden dieses LZX Verfahren Windows Imaging mit WIM Dateien haben vielleicht noch nicht so viele von Ihnen gearbeitet die verwenden dieses Verfahren ebenfalls dann habe ich in den Tiefen der MSDN Dokumentation gewühlt und habe herausgefunden dass das NTFS Dateisystem ein nicht wirklich bekanntes Verfahren mit dem Namen LZNT1 verwendet das wiederum ist eine Variante auch dieses LZSS Verfahrens also NTFS gestattet auch eine selektive optionale Dateikompression ja und etwas womit wir deutlich mehr zu tun haben meistens nicht freiwillig ist dieser Windows Update Mechanismus und Gott sei Dank gehen da die Updates aber zumindest komprimiert über den Kanal ja man möchte sich gar nicht ausmalen was da für Datenmengen zusammenkommen wenn die nicht komprimiert würden ja dieses Verfahren deflate hat eine eigene Folie bekommen deflate ist wie schon gesagt der Kernbestandteil hinter zip findet aber noch in unzähligen weiteren Formaten prominente Verwendungen zum Beispiel PDF verwendet dieses Verfahren Open Office verwendet dieses Verfahren Open Office Documents haben die Extension ODF und wenn Sie sich das mal anschauen wollen benennen Sie eine ODF Datei einfach mal spaßeshalber in eine zip Datei um und Sie werden merken Sie können diese Datei öffnen ODF Dateien sind nichts anderes als unbenannte zip Dateien in denen wiederum XML Dateien liegen die dann den Inhalt und die Formatierung separat beinhalten Ja WoV steht steht für Web Open Font Format damit werden also Font Dateien für die Internet Nutzung gespeichert Ja dieses Deflate Verfahren hat den Vorteil dass es eine doch sehr ansehnliche Kompressionsrate erzielt und zwar auf den verschiedensten Datentypen und Deflate ist nichts anderes als eine Kombination von dem jetzt schon mehrfach erwähnten LZSS Verfahren und der Huffman Codierung Ja und wenn man über Deflate spricht dann kann man im Grunde gleichwertig über ZLib sprechen ZLib ist eine Routine Bibliothek die im Grunde die nötigen Routinen für Deflate implementiert also wenn immer man mit Deflate in der Praxis hantiert dann programmiert man in der Regel diese ZLib Bibliothek Ich komme jetzt zu den neueren Methoden die allesamt sind vier an der Zahl die ich mir rausgepickt habe für sie in den letzten sechs Jahren entstanden sind ich möchte noch mal betonen Huffman Codierung wurde 1952 entwickelt die arithmetische Codierung 1979 also 27 Jahre später dann ist 35 Jahre lang nichts passiert und dann kamen die asymmetric numerical systems eine enorme zeitspanne wenn man sich das mal im IT Rahmen vorstellt und jetzt in den letzten sechs Jahren sind alleine vier neue Verfahren entstanden und das ist etwas wo ich in meinem Vortrag besonders betonen möchte in den letzten Jahren ist in diesem Bereich forschungstechnisch und implementierungstechnisch sehr viel geschehen und ein zentraler Treiber dahinter war eben dieses ANS Entropie Verfahren aber zunächst zu diesem ersten neueren Verfahren LZ4 es ist ein recht schlichter Algorithmus der im Wesentlichen LZ77 darstellt der sich auf eine Byte Codierung festlegt im Gegensatz zu einer bitweise getriebenen Komprimierung das hat einfach den Grund dass Bytes deutlich fixer zu handhaben sind also wenn ich Bytes runterbreche und mir einzelne Bits da raushole dann kann die Geschwindigkeit sehr schnell um 30% einbrechen also es ist ein pragmatischer und Geschwindigkeitsgrund warum LZ4 sich auf Byte Grenzen berücksichtigt LZ4 beinhaltet keine Entropie Codierung es ist also ein reines Wörterbuch Verfahren aber es erlaubt demzufolge eine sehr schnelle Kompression und eine extrem schnelle Dekompression was das genau in Zahlen ausgedrückt heißt werden wir jetzt gleich sehen die Kompressionsrate ist als Folge davon schlechter als bei Deflate aber für viele Anwendungen ausreichend als nächstes kommt die sogenannte Schweizer Serie von Google auf den Bildschirm Google hat in den letzten fünf Jahren drei verschiedene Kompressionsverfahren entwickelt allesamt wurden entwickelt von Mitarbeitern des Engineering Zentrums in Zürich und die haben demzufolge allesamt Schweizer Namen bekommen da geht es jetzt in den Nerd Faktor rein wenn ich ein Verfahren entwickle dann nenne ich das eigentlich würde ich das nicht Gipfeli nennen aber sei es drum das sind alles Schweizer Ausdrücke für Backwaren Gipfeli Zopfli und Brodli ja man könnte meinen dass das sind alles so Verfahren die irgendwie in ihrer Nische leben und dort Verwendung finden ich will nur sagen man täuscht sich da ich will hier mich beschränken auf das Brodli Verfahren das jüngste dieser drei Brodli ist eine moderne Variante von LZ77 kombiniert mit Huffman Codierung und einer komplexeren Methode nämlich der Second Order Kontext Modellierung die sei jetzt an dieser Stelle mal nicht weiter erläutert zusätzlich erzielt Brodli eine Kompression dadurch dass es on board schon ein vorgefülltes Wörterbuch mitbringt mit der Größe 120 Kilobyte und darin hinterlegt sind sehr häufig auftretende Strings wie man sie in HTML und JavaScript braucht es hat damit zu tun dass Brodli darauf ausgelegt ist Webseiten und JavaScript zu komprimieren weil das eben die Datentypen sind die über die Internetleitung gehen Brodli gestattet damit eine um fast 25% bessere Kompressionsrate und ist jetzt im Moment im Spezifikationsstadium als HTTP Kompressionsschema Brodli hat jeder von ihnen auf dem Rechner die meisten wahrscheinlich ohne es zu wissen Brodli ist in allen modernen oder in allen jüngeren Versionen von Web Browsern implementiert inzwischen sogar Apple Safari das will was heißen und das hat einfach damit zu tun dass diese Browser allesamt in die Lage versetzt werden sollen jetzt sehr kurzfristig diese komprimierten Datenströme zu handeln und damit wird einfach der Internet Traffic dann schon deutlich entlastet ein drittes Verfahren Z Standard ist ich nenne es mal die neue Königin ist ein Verfahren was von Facebook entwickelt wurde genauer von jemandem der jetzt für Facebook arbeitet ist eine Kombination von LZ 77 der Huffman Kodierung und dieser besagten ANS Kodierung diese Verfahren Huffman und ANS sind beide implementiert und zwar extrem in extrem effizientem Code in dieser ja in diesen beiden Kodex ich habe diesen Vortrag sehr dicht getaggt mit Internet Adressen wer also da an Details interessiert ist kann sich durch den Vortrag klicken und auf diese farblich hinterlegten Bezeichner klicken und landet dann an den Quellen Set Standard ist designt für Geschwindigkeit und Parallelausführung und hat ein paar weitere Vorteile ein zentraler Vorteil ist dass Set Standard es erlaubt trainiert zu werden für spezifische Datentypen ich kann nämlich Set Standard dazu bringen für einen spezifischen Datentyp an dem ich primär interessiert bin selber ein Wörterbuch zu erzeugen und dieses Wörterbuch kann ich dann für alle weiteren Dateien die diesen Typ haben verwenden und damit dann eine bessere Kompressionsrate erzielen sprich Set Standard erlaubt es sozusagen angelernt zu werden für spezifische Datentypen gut ich habe ein paar Performance Daten zusammengetragen das möchte ich jetzt relativ zügig durchgehen ich habe im ersten Plot verglichen das Verfahren Brodli mit dem bisherigen Standard Deflate und wenn man sich das zweite und das dritte Set von Balken mal anschaut wenn ich dafür sorge dass Brodli in etwa die Kompressionsrate von Deflate reproduziert hier mit dem Faktor 3,381 heißt es erzeugt für den gewählten Testdatensatz eine Datei die um Faktor 3,381 kleiner ist wenn ich das also synchronisiere mit Deflate dann sehe ich Brodli ist um den Faktor 6 grob schneller als Deflate für diesen gewählten Datensatz so das waren die Kompressionsrate und die Kompressionsgeschwindigkeit hier sind jetzt die Dekompressionsgeschwindigkeit nochmal aufgetragen und wir sehen diese LZ Verfahren Brodli und Deflate tummeln sich alle in der Dekomprimierung bei so ca. 340 Megabyte in der Sekunde da geht es also um Daten die im RAM hinterlegt sind so dann habe ich die vier großen aktuellen Verfahren oder aktuell wesentlichen Verfahren noch miteinander verglichen Setstandard Deflate Brodli und LZ4 ich mag darauf nicht gesondert eingehen oder detailliert eingehen nur sei betont LZ4 erlaubt es also mit 720 Megabyte in der Sekunde zu komprimieren eine riesige Geschwindigkeit und wie wir sehen lässt es die anderen Verfahren weit hinter sich zu Kosten der Kompressionsrate die hier natürlich auch signifikant schlechter ist aber immerhin noch für viele Anwendungen durchaus brauchbar ja und nicht zuletzt in puncto Dekompressionsgeschwindigkeit ist LZ4 kaum zu toppen es dekomprimiert mit fast dreieinhalb Gigabyte in der Sekunde im Arbeitsspeicher das ist die Größenordnung die eine reine Datenverschiebung innerhalb des RAMs darstellt also die Daten die fliegen durch den Algorithmus im Grunde durch so effizient ist dieses Verfahren gut und zuletzt möchte ich eingehen sehr kurz noch auf ein weiteres aktuelles Verfahren ich habe mich also für diesen Vortrag heranrecherchiert an wirklich das ofenfrische Zeug ein Codec mit dem Namen Marlin der einen fantastischen Kompromiss findet zwischen Geschwindigkeit und Kompressionsrate der ist hier federführend auch am KIT entwickelt worden und erst im April 2017 vorgestellt worden auf der wichtigsten Konferenz in diesem Themengebiet der Data Compression Konferenz und man hat dieses Verfahren ein General Purpose Verfahren ist es mal angewendet auf eine Domäne für die es eigentlich nicht speziell entwickelt wurde nämlich verlustfreier Kompression von Bildern und was man sieht als Vergleichsbasis dient dieser Codec JPEG LS vielleicht haben manche von Ihnen auch noch nicht gewusst dass JPEG tatsächlich auch einen Algorithmus zur verlustfreien Kompression mitbringt und dieser Codec dient so als Vergleichsbasis wenn immer man Bilder verlustlos komprimieren möchte und was wir sehen ist Marlin obwohl nicht speziell dafür entwickelt für diese Domäne gestattet eine Kompressionsrate die doch sehr nah heranreicht an JPEG LSless aber um Faktor 80 schneller ist als JPEG LSless also immerhin noch mit also mit circa zweieinhalb Gigabyte geht es da zur Sache das ist der erste Marlin gilt als der erste Hochgeschwindigkeits Codec der tatsächlich auch schwach strukturierte Daten einer nicht speziellen Domäne komprimieren kann also ein General Purpose Codec darstellt und General Purpose Kompression geht in der Regel mit guter Kompressionsrate eigentlich nur mit moderater Geschwindigkeit der hier erlaubt ist mit Hochgeschwindigkeit gut ich komme zu den Anwendungen ja hier muss ich jetzt leider etwas auf die Tube drücken der moderne Scope verlustfreier Datenkompression hat die folgenden Anwendungen es geht um die Reduktion des Datentraffics das habe ich schon etwas näher beleuchtet die für den Kunden wesentlicher wesentliche Reduktion der Übertragungskosten insbesondere wenn man da an Kontingente mit mobilen Geräten denkt es erweitert oder verlängert gleichzeitig auch noch die Lebenslauer der Batterie von mobilen Geräten denn Datenhandling geht immer zu Lasten der Batterie also zu einem großen Maß gleichzeitig werden auch neuere Anwendungen beschleunigt ich denke da nicht nur an Webseiten und Daten von Apps die man auf seinem Smartphone hat sondern auch an Streamed Games im Spiele Sektor ist das heutzutage schon fast üblich dass Spiele gestreamt werden von Servern ihrer Hersteller und eine neuere Anwendung sind auch die 3D Geometriedaten ich ich denke ich denke da an zum Beispiel an Kinect von Microsoft an das neue Creators Update für Windows 10 das zum Beispiel dieses neue Paint 3D mitbringt ein Bildbearbeitungsprogramm das es gestattet 3D Modelle zu bearbeiten zu erzeugen und 3D Geometriedaten werden sehr schnell recht groß in der Datenmenge und auch hierfür hat Google kürzlich einen Codec entwickelt das ist der Draco Codec für 3D Geometriedaten und auch dieser Codec verwendet dieses ANS Verfahren ja und nicht zuletzt gestattet verlustfreie Datenkompression auch die Reduktion der Kosten von Cloud Infrastruktur und was wir jetzt was allen diesen Punkten in dieser Liste gemein ist es sind wirklich business relevante Kriterien business relevante Faktoren es geht also bei verlustfreier Datenkompression nicht zuletzt um Zeit und Geld ja hier habe ich noch weitere Anwendungen zusammengetragen man kann sehen das reicht von Dateisystem wie Open ZFS in der letztjährigen Gulasch Programmier Nacht wie auch in der diesjährigen gab es auch Vorträge zu diesem Dateisystem und das geht hin bis zu Verarbeitungspipelines bei Facebook und der englischen Zeitung The Guardian und geht weiter bis zu Dropbox und all diese doch recht großen Firmen und recht großen Applikationen wählen aus diesem kleinen Fundus von diesen jüngeren Kompressionsverfahren ja dann gibt es noch spezielle Applikationen die diese die diesen Baustein des Past to Present Mappings wie ich ihn in dem allgemeinen Schema für Kompressionsverfahren dargestellt habe ausnutzen und diese speziellen Applikationen reichen von Molekularbiologie hier geht es also um Faltungsanalyse von Proteinen Proteine oder Proteinfamilien mit einer mit einer vorgegebenen Faltung haben verschiedene funktionale Eigenschaften hier geht es also um Protein Analyse und man kann tatsächlich hier diese Match and Reuse unter Routinen von Kompressionsverfahren tatsächlich gewinnbringend ausnutzen eine zweite Applikation auf die ich noch kurz eingehen möchte der Rest sei Ihnen zur Nachlese empfohlen ist dieser zweite Punkt Smartphone Typing Assistance wenn Sie auf Ihrem Smartphone eine SMS tippen dann haben wahrscheinlich die meisten von Ihnen eine App zur Assistenz die Ihnen das nächste Wort vorschlägt basierend auf dem was Ihr Smartphone schon aus Ihren ehemaligen SMS über Ihre Wortwahl über Ihren Satzbau über Ihre Grammatik gelernt hat und an dieser Stelle bei diesen Assistenz Apps kommen tatsächlich dieselben Verfahren zum Tragen die mir gewährleisten dass ich ein gutes Wörterbuch zur Verfügung habe für die verlustfreie Datenkompression oder ein gutes Wahrscheinlichkeitsmodell für Entropieverfahren gut ich möchte mich hier beschränken auf diesen zweiten Teil Future bildet ab was bildet meine eigene Einschätzung ab was denn da in der näheren Zukunft wohl kommen mag ich bin überzeugt davon dass Kompression weitaus natürlicher und transparenter eingebettet wird in die Anwendungen heutzutage öffnet man häufig noch eine Applikation wie 7Sip und komprimiert seine Dateien ich denke das wird sich mit und mit in den Hintergrund bewegen und dort ganz natürlich als ganz natürliche Informationsverarbeitung stattfinden genauso spannend finde ich oder schätze ich ein die Synergie mit Verfahren zum Maschinenlernen Maschinenlernen ist nach wie vor ein Hype Thema hier passiert unheimlich viel viele von Ihnen verfolgen das sicher auch und ich denke Kompression wird hier auch von dem sehr abstrakten Modellwissen was diese Verfahren zum Maschinenlernen generieren durchaus Nutzen ziehen können aber diese Brücke herzustellen das wirklich miteinander zu verheiraten und dort für Synergie dort Synergie zu erzielen das ist halt noch nicht gemacht aber ich denke das wird in den nächsten Jahren kommen und im Gegenzug denke ich dass große neuronale Netze ein großes Hype Thema in diesem Bereich Maschinenlernen auch möglicherweise effizienter trainiert werden können in Zukunft indem sie nur noch mit wesentlichen Daten gefüttert werden heutzutage steckt man da eben alles an Daten rein was man hat und das neuronale Netz wird sicher das richtige tun aber das ist alles noch sehr rechenaufwendig und ich denke man kann das ein bisschen konsolidieren wenn man dort nur noch und sei es jetzt nur grob gesprochen wesentliche Daten rein füttert ja ich komme zum Abschluss meines Vortrags es tut mir leid ich habe etwas überzogen es geht bei verlustfreier Datenkompression um etwas sehr wesentliches in Zeiten wo die Datenmenge nach wie vor exponentiell steigt die die Bandbreiten für Netzkommunikation aber auch innerhalb eines PCs bleiben die Flaschenhälse und solange das Tatbestand ist wird verlustfreie Datenkompression auch wesentlich bleiben jetzt habe ich schon ausreichend oder ja recht breit dargestellt dieses Thema bekommt neue Aufmerksamkeit und neue Forschungsanstrengungen seitens von wirklich großen IT-Firmen Google Facebook Microsoft auch Dropbox wie sie nicht alle heißen Apple und ich denke dass dieses Thema auch neue Bedeutung spannende Bedeutung beginnen wird in diesen Folgejahren von getrieben von Maschinenlernen und diesem neuen Thema IoT diesen verbundenen Geräten im Internet of Things ja hier sind noch ein paar Quellen die sie sich anschauen können wenn sie sich für das Thema interessieren besonders empfohlen seien auch hier die verlinkten Video Lectures Google hat sogar eine eigene kleine und lustig gehaltene Videoserie zur Datenkompression ins Leben gerufen Compressorhead heißt die ja und damit beende ich meinen Vortrag schönen Dank für ihre Aufmerksamkeit Wenn jetzt doch noch Fragen sind oder auch Einzelkonversationen gewünscht sind ich stehe sehr gerne zur Verfügung Noch jemand eine Frage Ja Also die Frage bezog sich auf Verfahren die Fraktale verwenden also viele von Ihnen haben sicher schon mal Fraktale gesehen ein bekanntes ist das Apfelmännchen Man kann tatsächlich Fraktale zur Datenkompression nutzen Das ist um Ihre Frage zu beantworten mehr im Bereich der verlustfreien Kompression tatsächlich auch angesiedelt aber dieser Typ von Verfahren ist im Grunde wieder eingeschlafen also man hat da nicht so die Kompressionsrate mit erzielen können und diese Verfahren sind auch relativ teuer Ja zweite Frage Sehr gerne aber dann bitte im Einzelgespräch das ist ein bisschen schwierig zu erläutern Weitere Fragen Ja bitte Sehr gute Frage Die Frage war Wie schneidet dieser neue Codec Marlin für stark strukturierte Daten ab wie beispielsweise HTML Kurze Antwort Ich weiß es nicht Ich habe damit noch nicht experimentiert Das sind wirklich Daten die ich noch aus dem Fundus gefischt habe und aufbereitet habe für den Vortrag Ich habe mir diesen Codec noch nicht näher angeschaut Er ist aber auch erst im letzten Monat wie wir sehen können vorgestellt worden Hier werden jetzt in den nächsten Monaten sicher noch viele weitere Evaluationen folgen Ich schreibe Ihnen gerne eine E-Mail wenn ich da was sichte Ja Richtig Also die Anmerkung war oder die Frage und Anmerkung war wie ich die Bedeutung einschätze von verlustbehafteten Verfahren im Vergleich mit diesen verlustfreien Verfahren über die ich berichtet habe Verfahren in diesem oder verlustbehaftete Verfahren wie sie für Videokompression beispielsweise eingesetzt werden H.264 oder H.265 komprimieren natürlich den Löwenanteil der Daten die übers Netz gehen also vieles davon oder der große Anteil von Daten übers Internet sind Videoströme und Bildströme Ja das ist richtig Es gibt eine Besonderheit die mit ein Grund ist warum ich mich an dieser Stelle auf verlustfreie Verfahren beschränkt habe und die besteht darin in verlustbehafteten Verfahren gibt es eigentlich immer eine Kodierungsstufe die verlustfrei ist und die basiert auf diesen Verfahren wie ich sie dargestellt habe andersrum ist das nicht der Fall also ich kann natürlich in einem verlustfreien Kodec nichts verwenden was mit einem Verlust einhergeht also insofern sind diese verlustfreien Verfahren sehr signifikant und finden auch Anwendungen in verlustbehafteten Verfahren und verlustbehaftete Verfahren wie eingangs erwähnt involvieren noch Techniken die den Rahmen gesprengt hätten jetzt für diese Veranstaltung vielleicht noch eine Abschlussfrage dann haben wir doch noch so eine leichte Q&A gehabt die so ein bisschen mein Überziehen kompensiert vielen Dank ich versuche es zu wiederholen wie ich das verstanden habe die Frage war ob es Arbeiten gibt zur Kombination von verlustbehafteten Verfahren und drahtlosen Übertragungstechniken ist das richtig dazu kann ich nicht im Detail etwas sagen aber vielleicht einen Aspekt kurz ansprechen der bei verlustbehafteten Verfahren eine wesentliche Rolle spielt das ist die Theorie der Rate Distortion da geht es darum die Datenrate mit der ich kodiere adaptiv zu wählen basierend auf den Übertragungsumständen die ich vorfinde und da könnte ich mir vorstellen gibt es Arbeiten die also darlegen wie die Datenrate möglichst effizient möglichst mit wenig Verlustbehaftung gewählt werden kann wenn die Übertragungsumstände schlecht sind also sprich wenn die Übertragungsqualität einbricht gut ja wenn keine weiteren Verfahren Fragen sind dann danke ich Ihnen nochmal dass Sie so zahlreich erschienen sind und wie gesagt ich bin für jeglichen Austausch gerne bereit danke Applaus 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 Applaus